Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims View und den Katzen Let's Play Folge. Ich bin Daniel von SimFansD. Wir sind hier in BrickPant House. In der letzten Folge haben wir das so ein bisschen weihnachtlich hier eingerichtet. Hier mit dem Justin Goldstone. Heute machen wir das Zimmer. Ein Umstyling für das Zimmer von Blue. Ja unbedingt hier ein Umbau komplett, weil der ist ja jetzt hier ein Teenager und wir haben hier immer noch ein Kinderzimmer von dem kleinen. Ja letztes Mal wie gesagt hier so ein bisschen Weihnachtsdeko angebracht. Wir haben die Karriere vorangebracht von unserem Justin Goldstone, der ist ja Katzen-Videodrier und die Red ist mit dem Jane so ein bisschen laufen gegangen. Jetzt ist die todmüde hier. Ja, wir gehen direkt in den Baumodus rein, weil wir haben gesagt, bis der Blue hier uns aufwacht. Hier ja, schläft hier noch. Ähm, hat der ein cooles Teenager-Zimmer. So haben wir das versprochen. Ein vorläufiges Weihnachtsgeschenk. Und der Mundi springt hier noch rum. Du wirst bald weg sein hier. Ich würde nämlich sagen, wir ziehen das ganze Zimmer ein bisschen größer, weil das ist jetzt schon, äh, ja, mini. Und dazu muss ich jetzt hier den Aufzug erstmal anpacken, ne. Wir ziehen das ganze Ding, würde ich einfach sagen, einfach ein Stück weiter. Ja, das muss ja einfach alles so ein bisschen weiter rüber, ne. Das geht ja mal gar nicht hier, würde ich sagen, dass wir das hier so lassen. Wir machen das, wir machen das so. Den Flur brauchen wir ja nicht so groß, oder? Brauchen wir den zu groß? Ne, würde ich sagen, ne. Brauchen wir nicht so groß. Ähm, da haben wir jetzt natürlich das Problem schon, dass das hier wieder weiter vor muss. Wenn wir unseren Vorhang hier, dann habe ich da doch mal schön hier platziert. Hier so, muss der da hin, dass man das hier, dass man das so ein bisschen zuziehen kann. Unsere Rohrleitung, so Sachen. Ja, oder? Das wäre schon, wäre es schon nicht schlecht jetzt gewesen hier, wenn man das so machen kann. Dann haben wir das hier doch nochmal, wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das hier ganz vor auch, ne. Wir machen das so, dann haben wir das so wie vorher auch. Hier kann man das ja vorziehen, dann hat er halt den Balkon in seinem Zimmer hier drin. Ist ja auch nicht so schlecht und das Ding kommt natürlich weg. Brauchen wir ja nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr, ne. So, jetzt haben wir da wieder richtig Platz hier. Wow, sehr cool. Vielleicht machen wir da hinten auch noch Fenster hin am besten, ne. Wäre gar nicht mal so verkehrt. Jetzt haben wir hier so einen Vorhang. Und der muss da, der muss da hin, hier dazwischen. Da würde ich den dazwischen haben. Bitte nicht hinten andocken, hier. So, ist das gut. Da ist noch unser Pömpelblömpel. Der muss natürlich wieder zurück. Da kommt die Hände in den Vorhang. Wenn man das Klo verstopft ist. Hier haben wir unsere Post noch hin. Das haben wir den da. Wo kommt denn diese Geige her? Die können wir verkaufen. Wir haben die keine Kohle. Wir müssen sogar noch Rechnungen bezahlen. Ja, da ist noch dieses konzentrierte Dekor-Dings da. Das können wir bei dir reinmachen. Das sieht ein bisschen aus wie so Keime irgendwie, ne. Das ist mikroskopisch. Aber es ist blau. Und es ist irgendwie cool. Irgendwie abgefahren. Und deswegen. Was läuft man da voll gegen die Wand? Ja, aber das geht noch, ne. Das geht noch. Die Tür geht ja auch mal wieder zu. Dann werden wir das Klo direkt aus. Ist auch okay. Lassen wir das mal so. Hier haben wir noch so eine Lücke. Achso, da ist der Kleiderschrank drin. Also gut, dann machen wir das doch so. Ich würde mal sagen, das Zeug kommt raus. Die Schülchen lassen wir mal. Ne, da finden wir einen cooleren Schreibtisch. Der kommt weg. Das ist auch ein schönes Gemälde. Das lassen wir aber mal hier drin. Jetzt werden wir mal gucken, dass wir das hier drin lassen. Und ja, gut, die Fotos. Also die Void-Kreaturen, die kommen weg. Die Kinder mal. Ah, nein. Die Red wird es hier. Da haben wir eine Geburtsurkunde. Das ist auch wirklich von uns. Das ist es hier. Die behalten wir auch mal. Der Hasi, der blaue Hasi. Das sind alle so Sachen, die man doch eigentlich noch ein bisschen behalten sollte. Oder den Teppich kann man auch behalten. Das kommt weg hier. Das kommt alles weg. Wir sind es einmal benutzt. Dann haben wir wieder Fräulein Mounds hier. Das kriegt hier unser Jaden zum Spielen. Kriegt er Angst gleich. Und unruhig nur schlafen. Und das Puppenhaus. Das ist so typisch Blue irgendwie. Der hat die ganze Zeit damit gespielt. Unser Junge. Das bricht mir das Herz. Sollen wir das erstmal rausstellen? Aber das bringt 208 noch. Das verkaufen wir. Ja, schade. Die vorhin kommt natürlich auch weg. Das ist katastrophal. Und ich würde auch vielleicht die Fotos lassen. Aber wir müssen mal gucken, ob wir da nicht doch noch ein bisschen mehr Fenster reinmachen. Weil es wäre schon schöner, wenn wir da schönere Fenster hätten, oder? Ich würde ihm auch einen cooleren Boden geben. Da geben wir ihm den neuen blauen Holzboden. Das ist auch so ein Penthouse-Boden irgendwie, finde ich. So, da können wir uns sogar mal überlegen, ob wir das hier machen. Daniel, style dir das Ding um und keinem gefällt es hier. What? Aber irgendwie war das schon immer so, dieser Boden, ne? Und ich weiß es nicht. Es war schon immer irgendwie dieser Boden. Das ist irgendwie so ein Brick Penthouse. Man will es irgendwie nicht loslassen, ne? Ei, ei, ei. Aber es ist schon ein bisschen, äh, ja. Der sieht so... Ja, der ist halt so hingeschustert. Der ist aber auch voll cool. Aber wir lassen den mal. Ich will da nicht irgendwie jemanden da... Ich kenn euch. Ich kenn euch. Ihr seid da total, äh, äh, fies dann. Wenn euch das nicht gefällt, haut ihr das raus. Aber ist auch gut so. Ist auch gut so. Muss nicht jedem gefallen. Ist okay. Ist okay, it's okay, it's alright. Ich möchte trotzdem den Boden blau machen. Vielleicht machen wir dann die Wand dafür anders. Da wird es langsam Zeit. Und, ähm, hier passt natürlich dann auch wieder unser Brick-Style hier dazu. Dann machen wir den da hin. Und, äh, machen die ganze Wand hier so Briggig. Briggig, Briggig. Ähm, mit dem Schrank, das gefällt mir noch nicht so ganz. Wenn wir nochmal überlegen, wie wir das machen. Müssen wir irgendwie da irgendwas reinstellen? Oder wir machen das hier so zu am besten, oder? Samba ist besser. Besser, besser. Ja, würde ich schon sagen. Die Lampe, die kommt hier wieder raus. Da können wir aber auch so eine Lampe dann hier nehmen. Da würde ich auch dann schon eine schöne, ähm, blaue, gibt's da gar nicht, gibt's schon. Aber so eine hellblaue. Aber das können wir machen. Und die können wir auch vergrößern mit dem Vergrößerungs-Sheet. Oder auch dicht. Doch, geht. Sehr gut. Eine schöne, schöne große Lampe. Wir haben ja hier so viel Höhe. Die Wölkschen, die kommen weg. Die lila Wölkschen hier. Und wir machen da nochmal eine. Ich finde das voll cool. Die blenden sich hier zum Glück auch aus. Aber das sind schöne Lampen. Die Wand. Ja, die Wand. Ich würde da einfach so eine, so eine simple Wand hier hin machen. Oder irgendwas, irgendwas Schlichtes. Irgendwas Schlichtes. Wieso ist denn das so, so komisch so? Das hat so eine komische Struktur irgendwie, nicht? Alles so eine komische Struktur. Ähm, wir müssen irgendwas, ähm, ja, irgendwas Cooles machen für dich. Vielleicht sogar sowas irgendwie. Ja, das sieht aus wie ein Keller. Aichi Bobaichi. Das ist auch nix. Ne, wir machen dir was Schlichtes. Wir machen dir entweder so eine schöne weiße, eine schöne weiße Holzwand. Oder aber eine einfach ganz schlichte weiße Farbe. Und, ja, dann gucken wir einfach mal, was wird da dann noch. Was für ein hässliches Grün hier. Ne, wo ist denn die schöne, wo ist denn die schöne Farbe? Das schöne weiße Putzenperfektion. Irgendwie sieht das Zimmer total komisch aus. Irgendwie so düster. Irgendwie voll düster irgendwie. Ich kann mir gar nicht so erklären, warum. Irgendwie gar nicht erklären, warum. Ich mag doch das hellere lieber. Und dann machen wir wieder die Wand rein. Das ist unsere Brick Penthouse Struktur. Hier haben wir tapeziert. Das ist okay. Und da ist auch die Außenwand. Da würde ich die auch so machen. Dann haben wir das nochmal so integrated. Du kriegst jetzt hier aber noch schönere Fenster. Ich möchte dir da richtig coole Fenster noch geben. Vielleicht können wir die von drüben da holen. Dass wir da was richtig Geiles haben einfach. Ist mir egal, wie es von außen aussieht. Da werden hier neue Fenster jetzt reingezogen, ja. Das wäre da richtig geiles Licht hier haben auch. Das ist hier aus wie ein Gefängnis durch die Gitter. Oder? Aus wie ein Gefängnis. Wir machen das aber, wir gucken mal. Da gibt es nämlich auch noch die anderen. Die haben nicht so Gefängnis-Style. Die da. Das ist doch der Hammer, oder? Das ist doch mal der Hammer, ja. Free Willy hier, oder? Also das ist total cool. Da sind die Dinger da aber nicht mehr dran. Aber ist doch zehnmal schöner gleich irgendwie, ne? Kann ja zwar jeder reingucken, aber wir können uns da noch was überlegen. Ich würde mal die jetzt da oben hin machen. Ich glaube, die sind sogar noch von der Lila, nicht? Sind die nicht sogar von der Lila noch? Lila. Ja, die war da auch mal drin, oder? Das kommt weg. Und wir holen uns dann auch Vorhänge für dich dann endlich mal. Ja, wir nehmen dann auch diese hier. Die packen wir da vor. Die gibt es auch nicht in einer anderen Farbe irgendwie. Was blau. Gelb ist auch schön. Oh, das ist cool. Wir nehmen einfach die, wir nehmen entweder die schwarzen oder die weißen. Ich will jetzt mal die weißen nehmen. Also die sind nicht wirklich weiß, aber die helleren, die beigen. Das ist doch cool. Den Teppich, den lassen wir dir. Den mache ich aber größer, weil ich finde das ganz cool. Hattest du noch was Altes dann von deinem Zimmer übrig? Ja, der Teppich, der bleibt drin. Und jetzt holen wir uns, und das ist ganz wichtig, einen schönen Glasschreibtisch. Welcher ist denn schön? Ich würde mal sagen, der hier aus Großstadtleben. Und weil du Mr. Goldstone bist, kriegst du den goldenen, wenn wir da einen haben. Ja, sehr gut. Dann kannst du hier nämlich, kannst du hier nämlich arbeiten. Wollen wir mal in das Bett hin? Ich würde das hier so hinten wieder an die Wand hin. Dann können wir da unsere Arbeitsecke mehr machen. Ja, machen wir das so. Direkt hier an der Wand, hier zum Balkon hin. Und dann kriegst du hier nochmal einen Chefsessel. Das ist ein toller Schreibtischstuhl für dich. Was nehmen wir denn da? Das sind alles keine wirklichen Schreibtischstühle, nur die oben, ne? Aber die sind so altbacken wie da. Möp, möp, möp. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Wir nehmen einfach so ein. In weiß. Ne? Moderner Luxusschreibtischstuhl. Oder in schwarz. Das ist auch geil, ne? Passt hier zu dem schwarzen Tisch dann dazu. Jetzt kriegst du noch einen Computer. Wir haben bald kein Geld mehr, Schatzilein. Schatzilein. Peinlich, ne? So eine fette Kiste dann. Da wäre der Glasdinger schon schöner. Die kosten ja 10.000, die Dinger. 1, 4. Wir haben echt kein Geld mehr. Leute, wir müssen irgendwas verkaufen. Wir haben so viel Krams hier noch. Wir müssen irgendwas mal verkaufen. Das geht ja mal gar nicht. Wir verkaufen diese Blubberding. Die haben wir nie benutzt irgendwie richtig. Oder ganz selten nur. Ja. Ganz selten nur. Und das Bäumchen kommt auch weg. Das kriegst du nur. Das können wir reinstellen. Kriegst du ein bisschen grün hier rein. Guck mal an. Hier ist der grün. Aber ich würde den da in der Mitte hinstellen. da hinstellen, ne? Dass der nicht... Dass der Computer, dass man da runtergucken kann hier noch. Ja. Ja, ja. Das ist schon schön so. Haben wir da irgendwann mal ein Licht, was auch hier reinkommt? Na, also ist noch besser. Guck mal an. Das habt ihr ja in einer dunklen Höhle hier gelebt. Ja. Also, jetzt gucken wir mal. Hier ist sowas vielleicht. Dass wir dann in die Richtung gehen. Das fände ich nicht schlecht. Wobei das Ding total hart ist, ne? Voll hart. Haben wir nicht irgendwas Blaues. Das ist hier schwarz-blau. Das ist so ein bisschen hellblau. Ist auch cool. Aber du bist eher so der dunkelblau, ne? Wir nehmen das mal. Wir nehmen das. Da kommen diese... Soll ich eine Überlegigung. Wir können das Ding ja vergrößern mal probieren. Aber das ist zu krass. Das ist schon zu krass. Ich lasse das mal klein. Ich mache das mal wirklich hier drüber. Das sieht dann so Mr. Oberschlau-mäßig aus. Das können wir hier irgendwo zum Schreibtisch hinhängen, oder? Das passt da auch nicht hin. Wenn wir keine Wand mehr freuen. Aber das bringt zur Konzentration. Unglaublich, ne? Ist das nicht so? Das bringt, glaube ich, Konzentration. Das wäre nicht schlecht, wenn das in dem Zimmer wäre. Tja. Tja, tja. Die Schuhchen, die lassen wir auch hier. Das ist noch von früher. Das ist noch dein. Ja. Doch, das ist okay. It's okay, it's alright. Was machen wir jetzt da hin? Schöne, 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 schöne blaue Bum-Bum-Würfel. Ne, du kriegst irgendwas. Was passt denn da dazu? Da gibt's ein blaues Regal mit den Büchern. Das finde ich jetzt ganz schön. Ist zwar ein bisschen ein schlichtes Regal so. Ist ein Küchenregal eigentlich. Aber das machen wir da hinten. Kleiderschrank hast du ja schon zum Glück. Ein Spieglein an der Wand. Wir brauchen da noch irgendwie so ein Pflänzchen. Die Autorität. Die war's. Ne, du kriegst die Autorität. Und einen Wecker brauchen wir nicht. Ne, was brauchen wir denn noch für dich? Ein Fernseher wäre nicht schlecht, aber wir haben kein Geld mehr. Wir haben kein Geld mehr. Mann, hier. Scheiße. Wir müssen mal gucken, dass wir das mal irgendwie so mehr mittig machen vielleicht. Hast du da nochmal. Oder wir machen den unter das Bett. Das geht immer. Und das Bett geht immer. Ja, das ist doch schön. Das ist doch schön. Komm, da können wir auch vielleicht noch ein bisschen später mal was einrichten. Wir müssen ja nicht immer gleich alles hier vollstellen. Hundi, wie sieht's aus? Guckst du wieder rum hier, ne? Ähm. Ja, also so eine Couch wäre jetzt hier drin auch nicht so schlecht. Ich wüsste aber auch nicht, wohin machen den Fernseher. Und wir könnten ja, den können wir nicht. Ich dachte, den Schrank können wir vielleicht hier so hin machen. Aber das können wir ja wirklich. Wenn wir da einfach die Wand drüber ziehen. Das wird sogar gehen. Hätte mit da nochmal eine Wand frei. Das könnte man echt mal machen. Das können wir uns später überlegen, wenn wir wieder Kohle haben. Ich möchte ja nicht so viel cheaten. Von dem ist der Justin hier bald befördert. Das wäre nämlich echt nicht mal schlecht hier. Aber hier dein Geburtsdiplom, dass du immer gucken kannst. Also bin ich auch wirklich schier von der Brick Penthouse-Family. Bin ich wirklich ein Goldstone-Klee. Ist ein Goldstone-Klee, ja. Ähm. Ja. Brick Penthouse. Version 8.0 oder so. Wir haben es ja schon ein paar Mal umgebaut. Ähm. Ich würde sagen, wir akzeptieren das so. Hopp. Live-Modus. Gameplay. Guck mal an. Ist das du schlafen? Nicht du. Du darfst schlafen. Ja, du bist Sally. Ja, ist gut. Kannst du hier lernen? Kannst du hier zocken? Genau. Kannst du machen? Oh, das ist der Hundi. Hallo. Ja, da da. Yum, yum, yum. Ihr zwei Hübschen. Yay. Gute Nacht. Du musst, du hast drüben dein, dein, äh, dein Tierbett. Du hast ein viel größeres Zimmer als er. Was macht ihr zwei? Seid ihr immer noch hier am Zocken oder am Gucken oder was? Ah, ja, aber wir haben kein Geld mehr. Wir haben kein Geld mehr und bald, ähm. Ach, die Sterne blinken? Ist das mir gar nicht aufgefallen. Ähm, wir haben kein Geld mehr und bald müssen wir hier, äh, kriegen wir, können wir ja kein Strom mehr. Kein Wunder, wenn wir so viele Lampen da aufhängen, ne? Kannst du mal was mampfen? Der Hundi muss jetzt kurz noch warten. Die Red kann mal hier Schüsse füllen und Jaden zum Fressen rufen. Und dann gehst du mal auf Klo, Red, die Line. Ah, das ist schon wieder alles kaputt. Dann kannst du das mal reparieren. Ja, wir haben kein Geld für den Reparaturservice. Und dann gehst du bitte schlafen. Gehst du bitte schleifeln. Red und Jaden sind sie eben beste Freunde geworden. Kannst du mal wieder ein Techtel-Mächtel machen mit dem Justin, ne? Ja, das wäre doch mal was. Er ist das Techtel-Mächtel. Das hast du jetzt vorgeschoben, ja, Red, du Schlingel, du. Wieso bist du jetzt kokett verspielt? Unwohl. Ah, ja. Und du, was machst du, Lila? Instagram? Schreibst du mit deiner Freundin, die kannst du mal einladen. Wie wäre das denn? Einladen abzuhängen. Frag mal die Sophia Piaxen, ob sie kommen möchte. Unsere Weihnachtsdeko. Kannst du mal ein Eis machen. Eis herstellen. Mach mal ein Eis. Weißt du, geht das nicht? Erdbeereis. Fähigkeit reicht nicht aus. Dann machst du Vardille. Ja. Wer ruft denn an? Janik ruft an. Wir hatten so unsere Probleme miteinander. Ja, das stimmt wohl. Vielleicht können wir ja Freunde werden. Wie wäre es mit einem Abendessen im McDonalds? Mäh. Wir gehen mal, aber heute nicht. Wir gehen mal, aber heute nicht. Justin, was machst du? Popcorn weiter in Essen. Sollst du mit der Rat hier was machen? Die reparierte immer noch das Zeug. Das hat nicht mehr geklappt. Ist das jetzt Balli? Spielzahn aufräumen. Ach ja. Ja. Können wir jetzt nicht mal Tächtel-Mächtel machen? Mach das mal. Oh, nach wertvollen Besitztümern fragen. Babybach. Nein. Nicht hier. Ah, Baby machen. Tächtel-Mächtel. Machen. Egal wo. Bett, oder? Ich grüße dich. Dürfte ich vielleicht eintreten, um mit dir ein paar intellektuelle Ansätze zu diskutieren. Was für ein Gelaber. Einladen, Spiele zu spielen. Ja. Das könnt ihr machen. Steht ihr schon in der Bude? Hat der noch keinen Schlüssel? Hat der echt noch keinen Schlüssel? Hat der echt noch keinen Schlüssel? Der müsste doch einen Schlüssel haben. Nee. Du musst los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Kommt die eine jetzt da eigentlich, die Pi-Echsen? Wird gleich da sein. Ja, also denn. Und du hast die Kochenfähigkeit erworben. Ist das echt jetzt das erste Mal, dass du kochst, oder was? Ernsthaft mal. Lila. Kochenfähigkeit beim Eismachen erworben. Genau, du kannst ihn auch einladen. Eigentlich wollte ich ja mit der Sophia, aber wenn du da bist, Jonas, du guckst immer so böse in letzter Zeit. Ja, ich denke immer, das ist unsere Tür, aber das ist gar nicht unsere Tür. Guck mal, wir haben ein neues Zimmer hier umgebaut, hier für den Blue. Cool, oder? Ist cool, ne? Ist noch viel Platz hier übrig, aber dort kriegen wir schon hin. Dann träumt ihr von Lahm aus. Okay. Oki doki. Wo ist jetzt die Pi-Echsen da? Wo sind die Pi-Echsen? Kommt die nochmal. Kommt die Pi-Echsen mal, bitte. Da ist sie doch schon. Lila. Einladen, über Nacht zu bleiben. Oh. Und Überrechnungen beschweren. Ne, ist voll teuer hier. Du bist wütend jetzt. Wegen der Schule. Ärgerlicher Schultag. Bäh, Lehrer können ekelhaftig sein. Justin, da fällt mir was ein. Du musst nämlich auch noch die Schimpftriade im Computer aufnehmen, wenn du wütend bist. Aber du bist ja gar nicht wütend. Was machen wir denn da? Großartiger Lehrer. Und Streaming-Marathon. Angespannt. Ja, aber Justin, wir müssen doch das irgendwie hinkriegen. Wie können wir denn wütend werden? Red muss ihn wütend machen. Das ist ja voll schwierig, wütend zu werden, oder? Da muss man ja irgendwie eine Beziehung kaputt machen. Wir könnten wirklich mal mit dem Yannick was machen. Der könnte den dann wütend machen. Aber den können wir ja nicht steuern. Dann müssten wir zu Yannicks Familie gehen und dann den Justin wütend machen. Weil ich glaube, wenn wir dann die Familie wechseln, ist der Justin nicht mehr wütend. Blöd. Deswegen muss jemand aus der Familie sein. Das ist aber dumm. Komm, der kriegt mal ein bisschen Stress hier mit der Lila. Was macht ihr zwei? Ach, die mal mit der Deko. Ihr habt die neu angestrichen hier. Ja, fast. Kannst du mal mehr Kaffee machen vielleicht? Oh, stimmt. Die ist immer noch Buggy. Danke für die Info. Wir müssen die mal ein bisschen weiter vorziehen. Beziehungsweise die Regale entfernen. Weil die stören, dass wir die Kaffeemaschine benutzen können. Komm, wir machen die einfach mal weg. Wir haben da eh genug Krams überall. Wir haben da eh genug Krams. Dann haben wir ein bisschen mehr Geld auch. Jetzt müsste man eigentlich einen Kaffee machen können. Guck mal an, zu mir trinken. Machen wir mal hier einen Espresso. Sonst seid ihr nicht so müde. Einladen, über Nacht zu bleiben. Genau. Können wir was essen? Können wir Baseball spielen? Nein, können wir nicht. Können wir Staubsaugen? Nein. Aber wir haben den automatischen jetzt, Lila. Hast du den vergessen? Habt ihr eigentlich wirklich viel Geld oder das sieht es hier immer nur so aus? Ah, wir sind ja halb und reich geheiratet hier, ja. Naja. Die Chama-Party? Das klingt toll. Sehr gut. Na denn, also. Na denn. Komm mal, mein Kaffee. Mach da mal einen Kaffee. Mal gucken, ob das jetzt klappt. Das müsste jetzt eigentlich hinhauen. First time ever. Ja, eine Premiere im Brick Penthouse. Kaffee machen. Nach über 200 Folgen. Elternfreuden und Hunde und Katzen. Ja, wirklich. Hallo. Ja. Die Deko hat gesiegt, aber jetzt nicht mehr. Boah, da kommt aber viel raus. Aha, ich kaufe ein Porsche. Nee. Ja, dann machst du ihr keinen jetzt, oder was? Sackrisch. Kann man da nicht sagen, servieren irgendwie? Naja. Dann halt nicht. Kannst du vielleicht ein bisschen länger durchhalten. Problemscheune. Was ist denn das? Wo ist sie jetzt denn hin? Hallo. Wo ist sie jetzt denn hin? Die ist schon ins Bett, wahrscheinlich, ne? Ja. Die ist echt schon ins Bett. Komm, dann komm hier auch ins Bett. Schlafen, Lila. Schlafen. Der Jonas, der muss warten hier. Der hat Pech gehabt. Der verschwindet bestimmt bald wieder. Dann denkt sie, oh Mann, hier die. Ja. Ja. Habe ich mir schon gedacht. Ist ja jetzt auch spät. Gehst du auch ins Bett zu deiner hübschen Freundin? Und morgen geht's dann weiter. Mal gucken, in welcher Family dann wir weiterspielen. So. Gute Nacht. Und ja, bis zum nächsten Mal hier im Let's Play Die Sims 400 Katzen. Und natürlich einem anderen Video eurer Wahl, falls ihr noch mögt. Jetzt natürlich dann auch noch ganz viel Spaß. Bis denn. Macht's gut. Tschau. Tschau.